Come together, finde ich super. Come together? Ja, kann ich gut mit leben. Okay, Moment. Ja, eben, eben. Und ich muss jetzt singen, oder? Das testen wir, das testen wir. Nur ein Anfang, jetzt muss ich hier... Darf ich schon einen Song machen? Du mal unter Come together. Das ist Weltklasse hier. Das ist, das hat, glaube ich, 690... 6 hat das. 6 hat das. Ja, wie lange, oder? Hey, wie ein echtes... Der hat das Pi an. Und den kannst du hier noch. Ist es die da? Nee, komm, wir lassen es sein. Ja, da nicht reicht. Nee, schuld. Es geht ja nur um Text, oder? Das ist auch Steemoll. Wer traut sich zu singen? Ich. So was, gut. Ja, das ist die da. Ja, das ist die da. Together, right now, over me. Es ist der Smoot-O-Spagnan mit dem Y-Ton. Okay, jetzt geht's den Dunster. Es ist Tifo, Sofa, Sofa. Toll, er hat den Dunster. Das hat mitgemacht in den Bies. Aber er kann's wirklich. Er kann's wirklich. So eine Carrieras-Echer, Musik, Carrieras-Wärme. Aber was gemacht hat. Der ausgerechnet sich da kein Ton von Bies. Kein Ton von Bies. Das ist so gut zu übersehen. Okay. Im November sind sie im Hallenstadion. Dann habt ihr die restlichen Crew selbstverständlich dabei. Wieso seid nur ihr? Die anderen zwei machen es in Deutschland. Nee, die machen einfach ein paar Tage später. Okay. Jetzt seid ihr da. Okay. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche euch alles Gute. Volles Haus. Und in den nächsten 20 Jahren all the best. Danke, Sudo. Danke an die Y-Ton. Das ist sie. Ich freue mich auf den Sofa. Ich freut mich. In der letzten Woche. Tschüss. Bye.